Ich informiere mich nur sehr ausgesucht über die Situation in der Ukraine. Natürlich weiß ich, was da aus Bildern vorgeht, aber ich probiere die Masse an Bildern und das, was dann im Netz überall kolportiert wird, und so probiere ich sehr, sehr einstrengend mit umzugehen. Das mache ich aber immer so. Was soll ich jetzt dazu sagen? Jeder ist natürlich sehr, sehr bedrückt. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wegen der räumlichen Nähe. Es gibt auch in anderen Orten auf der Welt schreckliche Ereignisse, wo dann eine räumliche Ferne ist und wo man sich nicht so betroffen sieht. So ist man halt. So sind wir Menschen halt. Und es ist sehr gut, dass Deutschland die Hilfsbereitschaft zeigt, grundsätzlich den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Es ist ja jetzt auch ein Bus nach Freiburg gekommen mit weißen Kindern. Das ist sehr, sehr wichtig und gut. Das andere ist natürlich dann einfach die Aufgabe der Politik, dass es da vorwärts geht. Ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass wir kicken und dass wir Veranstaltungen haben und dass wir Sport haben, weil ich nicht glaube, dass es gut wäre, wenn wir das alles einstellen würden. Ich glaube, das würde uns nicht helfen, sondern ich finde es richtig. Aber natürlich belastet es alle Menschen sehr und am schlimmsten ist es natürlich für die Menschen in der Ukraine. Schlimm ist es auch für die Menschen in Russland, wenn dann die großen Busse schon hergefahren werden, so nach dem Motto raus aus der U-Bahn und die wollen irgendwo ein Plakat hochheben oder sagen, dass sie gegen den Krieg sind. Die sagen ja gar nichts gegen Putin und werden sozusagen direkt in den Bus, können direkt durchlaufen in den Bus und kommen in die Gefängnisse. Und auch für die Gesamtbevölkerung in Russland ist es natürlich katastrophal, was für eine Indoktrination stattfindet. Ich habe die Tagesschau gesehen, die staatliche von Russland. Es ist Hanebüche, was für eine Propaganda da stattfindet und wie da gelogen wird. Aber das kennen wir ja, das ist ja nicht nur in Russland so. Das ist ja unter Trumps genau das Gleiche gewesen in Amerika. Das sind alle Situationen, die einem nachdenklich stimmen. Aber ich finde es richtig, dass wir weiter Sport treiben und dass wir Wettkämpfe durchführen im sportlichen Bereich. Beruch Beruch KI Vielen Dank.